Let's go! Nein, Nicky ist schon eine Liebe. Aber sie kann halt nix, das ist das Problem. Nicky, nein, wie viel Kills hast du? Ja, okay, ich auch. Dann mach mal ein kleines Kill-Battle. Ja, ich tue jetzt extra alle Kills für Nicky vorbereiten. Ne, als ob! Hä, wenn Nicky mehr Kills macht als ich, dann geh ich... Ah, ah! Ah, ah! Schneid dich raus. Okay, Fox. Schneid dich raus. Ich schreibe einfach drunter. Ich hab dich schon gegrüßt, echt? Wann wo? Hab ich vorhin schon mal Hallo gesagt? Ah, da! Ah, ja. Und CSGO. Aber ja, CSGO ist ein GO! Für nächste Woche. Ich spiel's meine Güven. Und wenn du willst, dann kannst du gerne. Ja, wir gehen mir. Und wenn du gerne möchtest, dann kannst du gerne. Ich spiel' all das, wenn du gerne! Ja, mein Freund. Und wenn du gerne möchtest möchtest, dann kannst du gerne! Alli, das ist weg! Let's go! Das ist weg! Das ist weg! Putain! Das ist weg! 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 Das macht es ein bisschen schieres! Das ist ein bisschen schieres, diese Fun Game! Das ist weg! Ich will sicher, dass die letzten sind! Das ist ein Mann, nur eine Team! Oh! Piss de put! Ein für nebenbei, Chat! Nicht vassal! HISTORY! HISTORY NÃO! Matou o segrete Lilão! Vai History, fora esse cio da put! Cadê o Farman? Ta ali, ta ali, ajudou finalizou, finalizou, nossa vida do History, meu Deus do Céu! Porra Farman! Fida Puta! Porra! Porra caralho! E o window maker taca na l ali vei. Ich hab's onstream gezeigt. J'avance, hein ? C'est Nvidia, Coles. Je me vois en retour dans le mail. Ok. Attention, Smail ! Mort. Sortons de là. Ils sont pires que toi. Smail de venir. Mais what ? Mais attends ! Clippez-moi ça, les gars ! Mais c'est quoi ? Mais attends, je suis tombé sur les pires bambis du monde. Mais le matin, les mecs, ils savent pas jouer le sbar. Quand c'est le matin, les mecs, ils sont éclatés. À 4h du matin, tu vas voir comment ils savent pas jouer. Mais what the fuck, les mecs ? Clippez-moi ça. Mais attendez, je suis outré. À 4h. À 4h du matin, tu vas voir. Ils sont les bests. Mais clippez-moi ça, what ? Mais what the fuck ? Mais c'est des gros bambis. El bambino de la muerte. De la muerte caliente de la Casa de Papel. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? TITANS, YOU MOTHERFUCKER. THAT'S HOW YOU DO IT. TITANS. WOW. TITANS, I FIGURED IT OUT, YOU MOTHERFUCKER. OH, HELL YEAH. OH, TITANS. I- If you don't know these guys, you might have been hiding under a rock for a while. Here they go. Here they- they're getting the crowd high. That's what we want to see. Bithkin and everyone go in here. There's action for them today. What, 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 what ? Let's see what they can do. He's a troll feed. Good lads. Thank you. Bad luck if you touch those. There it is. Okay. Next is Razeru and X8. Razeru we saw a lot of times in towards the end zone. Yes, they had some pretty solid performances. Really excited to see what these two do in duos today. It's three meters. I don't know, imagine. What, what, what are they doing for Tastature? Ah, yeah. Moin. Who then changes around their drops button? The flex, isn't it? The Flax, isn't it? Camus is not healthy now, right? Or? Did you see that? Camus is not so healthy. Camus is not healthy now. Yeah, Camus is made everything together, so. Yeah, Camus is made everything out of the late game. Honestly, das ist was wir von Zayt und Saf. Sie hatten die High-Ground, sie kept ihre Composur, sie standen da, okay, wir bleiben es und wir enden abzuhren dieses Spiel. Also, jemand, du willst eine besondere Message zu geben, ist natürlich in dieser Duo. Willst du es? Willst du den Honnest? Well, es ist jemandem Geburtstag heute. Hey, es ist jemandem Geburtstag. Es ist jemandem Geburtstag. Goh, Marc, du du es. Sing uns das Song. Happy Birthday. Aber wer ist es? Es ist Zayt's Birthday. Hey, Happy Birthday, Zayt. Hey, Happy Birthday to him. Oh, man, ista agrabado in Laush, man. Isto é**t nois. So, ak, ich perdeu eh tiempo. WTF, man. Man, o tiro tá so perfeitamente que nem pa miei put Nem na mie direcção, ao menos. És o rei, man. És o maiho put. E agora els fui cais 175 de vida, com a vida toda que allho tirei. Oh, man. Bitte w Prize! Wie blnz, mit der Drobiker? Wie blnz, mit dem Drobiker? Der Mann voll! Ver贈! Wie vielee Brenn이랑 hat er! Aber ein Jahr! W Wird es ein an! Wenn dich dieser Raketenwerfertyp noch einmal so hässlich wegnimmt, dann finde ich deine Adresse raus und komm mal mit einem Raketenwerfer zu dir nach Hause. Seh wie du das findest. Was ist denn hier los? Ihr habt noch keinen einzigen Zweikampf gewonnen. Da stellst du dich gerade auf dieses verfluchte Hoverboard und dann hörst du All up here come. They're all up here. He's in here. He broke out. He's hit it. Yo. Ah ben ils renchaînent les français. C'est Tiggy et Meswe. Donc le joueur belge et le joueur français. Ils ont leurs maillots en numéro 7 et numéro 9. C'est le nombre de points qu'ils feront aujourd'hui. C'est pas moi qui ai dit. On est dans la team NGX2 avec Jordan et Jessie. C'est lui là. C'est lui. C'est lui. C'est lui profet. C'est bon.